Ja hallo ich bin Ute Brinkhamer, betreibe das Restaurant Brinkhamer seit 30 Jahren hier in Schwerin und bin ganz stolz mit dem Krankenhaus dieser Stadt seit etlichen Jahren sehr partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. Sie sind meine Kunden, sie versorgen uns als Schweriner Bürger auch toll im medizinischen. Besonders zusammengeschweißt hat uns eigentlich die Pandemiezeit, die erste Corona-Welle. Da haben wir die sämtlichen Mitarbeiter, ich glaube es waren 1600 Mittagessen, die wir ausgeliefert haben, sehr zur Freude aller Mitarbeiter sie unterstützt und ich freue mich, dass ich irgendwie in diesen Kreis mit reingehöre. Ja. 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 Ja.